hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute gucken uns die ganzen harley davidson modelle aus 2024 mal an gehen ein bisschen auf preise technische daten und so weiter ein und natürlich auch darauf wie ich die einzelnen maschinen generell so finde und vielleicht auch die ein oder andere farbkombi so finde hintergrund ist natürlich ich war in den letzten wochen ein bisschen mehr am gucken welches dann meine nächste maschine wird ich habe sie auch schon bestellt hoffe dass ich sie innerhalb der nächsten zwei wochen dann auch bekommen werde und das werde ich euch dann auch im laufe des videos erzählen und ja solltet ihr so ein bisschen hintergrundgeräusche hören kann das ganze vom 3d drucker kommen ich bin gerade wieder am drucken und der drucker befindet sich auch hier im büro aber ich glaube so wirklich hören wird man es dann sicherlich nicht weil ich ja wieder mit dem dj novel ihr mikrofon filme gehen wir ins video rein einmal auf harley davidson.com und dann schauen wir mal unter motorräder was wir dort so finden und zwar gibt es mehrere rubriken der maschinen einmal die sport dann die rubrik cruiser dann grand american touring das sind speziell die touring maschinen für längere strecken dann die adventure touring maschinen die trikes und dann zu guter letzt die elektromotorräder in diesem video werden wir nicht auf die trikes drauf eingehen die verlinke ich euch hier oben im video ihr wisst ich bin selber so ein freewheeler schon gefahren und da könnt ihr euch das ganze mal anschauen wie gesagt einfach dann hier oben ins video klicken gut kommen wir dann zur ersten rubrik und wir fangen an bei der rubrik sport hier finden wir zwei modelle insbesondere ja zwei stück eine dann in der special version und zwar handelt sich um die harley davidson nightstar die ist noch nicht allzu lang auf dem markt da haben wir dann auch hier noch die nightstar special und die sportster s wie ich sie jetzt seit gut anderthalb jahren fahre fangen wir an bei der nightstar da hat harley davidson in der vergangenheit jetzt die preise ein bisschen gesenkt hat wahrscheinlich gemerkt dass die maschine nicht so gut läuft ich meine dass sie auch immer bei 17 18 tausend lag was natürlich utopisch ist sie hat den kleinen revolution motor mit ich glaube 975 kubik genau und ja ansonsten wenn wir uns die maschine mal anschauen hat sie natürlich so ein bisschen den kaffee racer look finde ich ist von der silhouette her nicht ganz hässlich finde ich hat einen schönen runden scheinwerfer was mir insbesondere auch immer ganz gut gefällt ihr habt es ja selber gesehen bei meiner sport habe ich den auch dann verbaut nicht den ja aber runden hier vorne finde ich das ganze nicht so optimal im kühlerbereich aber ansonsten die felgen sind jetzt nicht so hässlich finde ich ich finde in schwarz sieht es auch gar nicht so schlecht aus muss ich sagen sehr minimalistisch gehalten spiegel kann man ja leicht wechseln und so weiter ein bisschen jack lind anlage dran und dann klingt die maschine natürlich auch schon wieder ganz anders klar ist man dann auch immer wieder bei 4500 zusätzlich aber das muss man dann halt machen was harley davidson in 2024 gemacht hat sie sind quasi von dieser basis farbe schwarz auf die basis farbe grau gegangen jetzt gibt es nur noch die farbe billiard gray ohne aufpreis das sicherlich wieder irgendwo vielleicht auch mal wieder eine möglichkeit ein bisschen geld einzunehmen ein bisschen mehr geld einzunehmen da ich denke die bestverkaufteste farbe oder kontrastfarbe wenn man sie denn so schimpfen möchte ist dann das vivid black und die kostet selbst bei der nightstar schon 395 euro aufpreis ne ja ich finde gerade die maschine so mit dem schwarzen heck fender und dem grauen tank sieht nicht so schlecht aus auch wenn ich sagen muss dass ich die ganze maschine in schwarz natürlich schöner finde 14.995 ist der basispreis und ja hier steht es auch revolution max 975 motor und ansonsten ja federbeine hinten zwei stück ja ansonsten gibt es gar nicht so viel besonders zu sagen nach vorne gelehnte sitzposition mittig montierte fußrasten das ist natürlich für eine harley davidson immer so ein bisschen ich bin da nicht unbedingt der fan von diese relativ niedrig haben ein paar fahrassistenzsysteme und ist natürlich auch a2 kompatibel muss man dann natürlich ein bisschen drosseln lassen aber das ganze ist auch möglich wiegt fahrfertig 221 kilogramm und die performance da sind wir bei 95 newtonmeter drehmoment das ist natürlich viel mehr als sei mal normale 600er maschinen 500er maschinen ist natürlich dem großen motor geschuldet hat 90 ps also von der fahrleistung her locker ausreichend dann fahrassistenzsysteme haben wir abs dann anti schlupfregelung und eine schleppmomentregelung ja das war das ganze dann zur harley davidson nightstar sehen wir uns dann mal dieses special modell an die ist nur 1000 euro teurer bzw mehrpreis von 1000 euro in der farbe billiard gray natürlich dann die farbe nicht noch obendrauf zu bezahlen hier gibt es auch zwei farben mehr das ist dann einmal bayern orange kostet auch 395 euro extra sieht kann nicht so schlecht aus finde ich finde dieses orangene passt ja mal ein bisschen zu harley auch wenn mir dieses logo nicht wirklich gefällt und dann die farbe red rock auch nicht hässlich bei dieser nightstar special ist dann sozio sitz mit verbaut andere felgen vorne so eine scheinwerfermaske und ja sieht optisch nicht unbedingt schlecht aus genau das dazu infotainment system cockpit verkleidung ist mit drauf ne leider auch hier wieder die mittig montierten fußrasten aber ja zu den technischen daten haben wir gerade ein bisschen gesagt also wer sowieso eine scheinwerfermaske hat und mit einem sozio sitz liebäugelt und dann ich finde die anderen felgen finde ich zwar schöner von der normalen aber gut kann ich alles haben so dann die sports da ist kennt ihr ja aus meinen videos brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen auch hier natürlich wieder bis auf billiard gray sind die farben wieder mit mehrpreis vivid black red rock ist eine neue farbe und sharks in blue ist ebenfalls neu technischen da brauche ich nicht viel sagen revolution max motor mit 1250 kubik hier gibt es nach vorne verlegte fußrasten finde ich ganz schön vom sitzen her ist die auch echt angenehm was mir natürlich nicht gefällt und das wisst ihr auch ja aus meinen videos ist der nur kennzeichen halter hinten und ja der auspuff ist nicht der allerschönste und ich habe ja auch schon sehr viel gemacht guten scheinwerfer und 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 schaut einfach in meinen videos vorbei da findet ihr reichlich infos über die sports da ist die ist natürlich mit einem basispreis von 17.495 euro nicht gerade günstig ich habe da glaube ich auch noch mal 7 8000 euro reingesteckt so dass die dann irgendwann so ein bisschen dann meiner forschung entspricht und wie vorhin schon gesagt ich bekomme jetzt in den hoffentlich innerhalb der nächsten zwei wochen meine neue maschine geliefert und die sports da es geht dann weg die geht dann nach harley davidson kiel in den verkauf und ja die werdet ihr dann da sicherlich irgendwann mal auf der online plattform finden können gehen jetzt zu einer weiteren modellfamilie der grand american touring hier haben wir gleich natürlich ganz ganz viele modelle einmal die die kost natürlich auch ordentlich road king special die road king special die bin ich selber schon gefahren finde ich euch auch hier oben fährt sich super wirklich ganz ganz tolle maschine von der aufrechten sitzposition generell sind diese touring maschine ja immer immer ein bisschen mehr so für langstrecken gedacht und da sitzt du natürlich perfekt drauf was tolle koffer dabei und so weiter aber mir gefällt die optik der road king special einfach nicht wirklich muss ich ganz sagen sie ist ab 28.600 euro verfügbar und mir gefällt das das gesamtpaket bei dem bike einfach nicht weiß nicht ist geschmackssache sicherlich aber ich bin da nun nicht wirklich der fan von sie bei euch sicherlich anders aus und schreibt das auch gerne mal in die kommentare auch hier gibt es natürlich wieder nur den die farbe billiard gray ohne aufpreis ansonsten vivid black kostet hier schon 595 euro natürlich weil auch mehr geschwätzt werden muss als beispielsweise bei der nightstar oder bei der sportstar dann red rock und white onyx pearl ja hier finde ich steht der road king dieses billiard gray sehr gut mit den ganzen schwarzen applikationen und und mit dem motorblock auspuff und so weiter zur leistung sie hat den 114 am motor ja hat heruntergezogen der seiten koffer die sitzen mini elbelenker runden scheinwerfer aufrechte sitzposition nach vorn verlegte fußrasten finden meine ich müsste eigentlich wenn wir nochmal gucken kann das hier sehen nicht wirklich nur hier oben da seht ihr hier ihr sitzt hinten also sind sie ein bisschen nach vorne verlegt ja sogar mit trittbrettern sattel tauschen wie gesagt performance liegt bei 1008 1000 1000 werden natürlich heftig 158 newtonmeter drehmoment 94 ps ist natürlich dann auch zweikonform wenn ihr die drosseln lasst das natürlich wahnsinn wenn man mal drüber nachdenkt dass die auch gedrosselt werden kann meine ich jedenfalls alles bis 95 ps kann oder 96 ps kann gedrosselt werden ja fahrassistenzsysteme hat sie natürlich auch einiges wenn ich hier mal guckt die ganze siste abs elb vhc tpms c abl tcs also ja von dem fahrassistenzsystem sicherlich modern ausgestattet gehen wir dann weiter zur street light street light finde ich zb sehr sehr geil finde ich wirklich sehr sehr geil wenn ihr die jetzt mal vergleicht die street light und die road light liegen preislich beim selben preis und da finde ich persönlich mag das ja nicht wenn hier vorne die scheinwerfer verkleidung oder die frontverkleidung starr am rahmen ist und nicht halt mitspringt mit der mit dem lenker das finde ich halt bei der street light sehr schick und ich finde die optisch auch sehr gelungen ja das ist dann eher wieder mein geschmack mag für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so offensichtlich sein warum und wieso ich finde zum beispiel so mit dem ganzen chrome ich bin ja eh kein chrome fan ist mir zu pflegeaufwendig aber wenn ihr die in einem black finish nehmt zum beispiel dass der motorblock alles schwarz ist dann kostet das allein schon 1535 euro aufpreis und das finde ich jetzt halt hammer mit dem black finish und dem billiard gray müsste für billiard gray keinen aufpreis zahlen aber wenn ihr die ganze maschine in komplett schwarz haben wollt dann müsste sogar für diese wie viel black noch mal knapp 600 euro oben drauf legen ist irgendwo eine preispolitik die man nicht so ganz nachvollziehen kann auch wenn das wie ihr hier seht ich finde mega mega geil aussieht ich finde aber auch die maschine sieht mega geil aus mit dem billiard gray also ne schockt schon dann haben wir noch white onyx pearl red rock nee heißt die whisky feuer und ja sieht auch ein bisschen aus als bisschen anders als red rock wir haben hier natürlich bei der street light den großen 117er motor cubic inch blau mag nicht so gern blu burst dann haben wir alpine green aber nur bei dem chrome finish atlas silver metallic sie ist ein bisschen ja ein bisschen heller als als billiard gray mag ich nicht so gern wie dieses billiard gray und dann haben wir noch sharks den blue ja das dazu performance wie gerade schon gesagt haben wir den 117 kubik inch motor schöne led leuchten hinten sieht natürlich auch klasse hausne doppelbremsscheiben gefräste räder ja sieht schon nicht schlecht aus und haben wir auch hier wieder eine aufrechte sitzposition trittbretter soziussitz satteltaschen gabel montierte verkleidung das meine ich nämlich diese gabel montierte verkleidung die geht damit dem lenker und mit der gabel natürlich mit infotainment natürlich guckt euch das mal an hier auf dem bild alter das sieht aus wie so ein cockpit aus dem auto ich glaube so ein großes cockpit gibt es in manchen autos nicht mal wahnsinn was die alles einstellen kannst hast natürlich auch lautsprecher dafür und so weiter und so fort also das ist schon wirklich das ist für mich touring klasse hast du hier unglaubliche 175 newtonmeter drehmoment unfassbar ist einfach wahnsinn sechs liter soll die maschine brauchen auf 100 kilometer der tank ist sicherlich dann auch ein bisschen bisschen größer war mir die abmessung kommen wir da mal kurz rein dann sind wir beim tank von 22,7 liter rechnen wir uns dann runter auf ungefähr sechs sechseinhalb liter verbrauch dann schaffst du schon gut 350 bis 400 kilometer je nach fahrrad natürlich aber die maschine wiegt fahrfertig auch schon 368 kilogramm und das ist eine ganz andere hausnummer als als eine sportster mit knapp 200 oder eine nightster ne ist auch noch mal deutlich mehr als ein street bob ist schon ist schon wahnsinn performance ps haben wir ganze 107 ps wie gerade schon erwähnt 175 newtonmeter und fahrassistenzsysteme geht es natürlich wieder mit sämtlichen schnick schnack hoch das brauchen wir nicht extra noch mal durchgehen die geschichte fand ich sehr schön road glide ist ähnlich wie die street light nur halt nicht mit der gabel montierten verkleidung sondern dann rahmen montierte verkleidung und ich finde sich so toll finde ich nicht schön ähnliches kommen jetzt zur ultra limited genauso wie die road glide limited und wie vorhin schon gesagt road king gefällt mir nicht so gut road glide und jetzt geht es natürlich mit der road glide limited weiter die finde ich auch nicht so schön halt wieder wegen dieser rahmen montierten verkleidung gucken uns deswegen gleich die ultra limited an und die finde ich einfach mega mega geil ne fängt bei 33.695 euro an ich weiß ist wow ist einfach ein preis der hat sich echt mal ja wow das ist echt schon armer ne das ist schon eine ganz 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 andere hausnummer das paradies auf rädern gut gehen wir runter billiard gray sieht man ohne aufpreis natürlich wieder das finish ist bei der ultra limited immer schwarz finde ich absolut gerechtfertigt sieht auch mega mega gut aus auch mit dem billiard gray kommen wir zu vivid black wieder fast 600 euro aufpreis sieht auch mega geil aus ne und du hast da hinten diese sitze du sitzt da ja drin wie wie im sessel du hast geilen halt du lautsprecher alles alles vom feinsten du wirklich du das ist ein schiff ist das ne also das ist nicht einfach nur motorrad die ultra limited ist mein persönliches traumbike würde ich schon fast sagen wenn ich später mal ein bisschen älter bin und die kinder dann gerne fahren dann kann man da in drei vier fünf jahren mal drüber nachdenken ob man sich dann eine ultra limited holt die finde ich halt gerade wenn du kinder hast dann rutschen die hinten nicht hin und her und ich glaube da hast du schon ein bisschen sicheren sitz drinnen gut die restlichen farben white onyx pearl sharkskin blue red rock und vivid black Mischung finde ich auch geil sieht gut aus und dann tobacco fade die kostet dann auch gleich 3570 euro an auf preis finde ich persönlich so optisch nicht schön red rock will be black koste ebenfalls 1190 euro auf preis finde ich jetzt auch nicht schön da würde ich mir die doch dann eher in einem billiard grey oder halt dann gleich in vivid black bestellen 114 kubik inch motor Milwaukee 8 und ja hier gerade konnten wir sehen ja hier ist natürlich auch wieder die taschen bei hier seht ihr es wie geil der sozius oder die sozial da hinten drauf sitzen kann hervorragend du hast eine schöne sitzposition trittbretter natürlich für touring ohne wenn und aber sehr sehr geil soziusitz mit rückenlehne also sitze wie könig oder eine königin kannst du hinten drauf platzieren eine schöne höhe an sitzposition satteltaschen wieder diese gabel montierte verkleidung die ich so toll finde infotainment system und natürlich sämtlichen schnickstack an fahrsicherheiten dann hat die maschine boh 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 gewicht alter das ist schon eine hausmarke 416 kilogramm fahrfertig 416 kilogramm das ja wie gesagt ist ein schlachtschiff da hast du hier ein tankvolumen von 22,7 litern und performance bei mir das mal im kopf diese 22,7 liter hubraum 1868 kubik sind diese 114 kubik inch und performance hast du hier 88 ps und 160 newton meter drehmoment der durchschnittsverbrauch liegt bei 6,3 litern bei über 22 litern tankvolumen kommst du wieder auf deine 350 bis 380 kilometern dran kann auch mal bei 400 liegen je nach fahrleistung von deiner seite ja ansonsten infotainment system boombox gts wieder lautsprecher geile lautsprecher klingen auch mega mega gut was ich letztens in dem video gesehen habe ja sämtliche fahrassistenzsysteme brauchen wir gar nicht drüber reden wenn die leute mit solchen maschinen dann an der ampel stehen und du dann helene fischer hörst und dann einfach als motorradfahrer dazukommt kommst dann hast du natürlich einen ungewollten hörwurm dazu auch das dann immer so toll ist weiß ich nicht aber hier sieht man zum beispiel auf dem bild wie die boxen hinter noch angeordnet sind und das ist natürlich was ganz feines für den sozius so kommen wir wieder zurück in die modellgruppe grand american touring dann sind wir hier die ultra limited und da gibt es natürlich noch die cv o modelle und die springen natürlich den ganzen rahmen was kosten anbetrifft kostennutzen ist von meiner seite aus da überhaupt nicht mehr gegeben wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer normalen street light hier die bei knapp 32 anfängt und da bist du schon fast bei 47 wir können da gerne mal reingehen aber ich finde das jetzt nicht unbedingt vom preis her attraktiv weil du hast halt mit dieser farbe legendary orange da musst du schon 7.140 euro auf preis drauf packen du hast natürlich einen großen motor den 121er ja ich finde die felgen finde ich auch nicht geil muss ich ganz ehrlich sagen weiß ich nicht finde ich nicht schick und ja lackierung lässt sich drüber streiten hat irgendwie was aber ich glaube doch schon dass man sich da relativ schnell dran satt sieht gabel montierte verkleidung wie gesagt mag ich ja gerne sitze sie sicherlich auch schön drauf wahrscheinlich ist die lackierung dann natürlich auch geld wert aber ob das dann so viel geld kosten muss weiß ich nicht dicker aber ja ist schon auf jeden fall ein hingucker auf jeden fall auf jeden fall ne und gerade der große motor mit 121 kubic inch das macht schon laune ne das macht schon richtig richtig laune guckt euch mal das infotainment system da ist natürlich brachial was heutzutage bei den motorrädern alles so drin ist navigation und so weiter du brauchst eigentlich selber gar nichts mehr das ist natürlich bei den soft tail bei der breakout das ist bei den minimalistischen motorrädern so dass du dann immer noch eine handy halterung oder navi am bike brauchst aber handy halterung reicht in den meisten fällen haben wir meistens auch noch einen usb anschluss oder nachbegrüßbaren usb anschluss den man dann zum laden nutzen kann und 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 das nach oben hin sind ja keine grenzen gesetzt ne aber um da zu starten bei den kleineren modellen einfach mal eine handy halterung mit anti schock funktion nehmen und dann sollte das ganze natürlich auch gut sein natürlich nicht zu vergleichen mit so einem geilen infotainment system aber da muss natürlich auch erst mal geld in die hand nehmen ja die maschine hat dann 1.977 kubikzentimeter das ist natürlich schon heftig und performance 183 newtonmeter in dem motorrad die kiste wiegt sicherlich auch einiges hier hast du 117 ps und wo haben wir die messung ganz oben da hast du auch schnellen gewicht von 380 kilo fahrfertig wenn man rechnet das fahrer und beifahrer noch zu kommen rechnen wir mal 80 90 kilo pro stück da bist du jetzt ein bisschen steckig ist auch ganz schnell bei 550 560 kilo ja dann bist du auch bei so ein bisschen weniger als die hälfte eines kleinwagens das ist schon ist schon ordentlich tank 22,7 liter hatten wir schon drüber ja und ansonsten natürlich den ganzen schnickschnack den man von den anderen bikes auch schon kennen ja zivio road light und so weiter brauche ich ja nicht mit weiter durchgehen sind ähnlich angegliedert mit dem preis und gleicher motor und dann gehen wir mal in die nächste modell familie und zwar den grand american touring hatten wir jetzt denken wir mal in den adventure touring maschinen so weiter geht es mit den adventure touring modellen das ist natürlich die reihe pan america die gibt es jetzt auch seit ein paar jahren fängt an mit der pan america 1250 ja ganz normalen dann gibt es eine special version und natürlich für die hardcore fans die cv open america die finde ich jetzt so auf den ersten blick auch echt nicht schlecht aussieht und man hat die ganzen koffer und so weiter da schon mit bei und 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 aber der reihe nach ich weiß gar nicht ob die überhaupt einen größeren motor aber wenn wir gleich ja sehen wir haben hier den revolution max motor mit 1250 kubic inch aber ich glaube sogar über 150 newtonmeter drehmoment hier haben wir es so dass es einfach nur das black finish gibt und dazu die billiard gray version also keine schwarze version in der basis preis fängt bei 1000 bei 19.395 an dazu kommen natürlich wieder fracht und so weiter also die nebenkosten 152 ps haben wir hier tatsächlich das ist natürlich schon wow da hast du natürlich wirklich power im unteren moment und die geht natürlich echt nach vorne die ist auf performance getrimmt ja hier hast du eine aufrechte sitzposition klar ist eine art enduro ein bisschen höher also vergleichbar mit der bmw also die 1250 gs oder was das ist mittig montierte fußrasten soziositz dabei erhöhte sitzposition ganz klar wenn man hier nicht mal aufhören brauchen rahmen montierte verkleidung ja infotainment auch alle gegeben abmessungen fahrfertig wiegt die ganze maschine 245 kilogramm hat einen tank innerhalb von 21,2 liter ist glaube ich ganz wichtig falls man mal eine größere tour mit solchen maschinen macht macht man auch ja mal ins aussagen lauernd über offroad gegenden machen ja ganz viele auch mit den geessen von bmw und so weiter und da hat harley davidson glaube ich meiner meinung nach mit der pan america auch wenn das ein segment eigentlich nicht mein segment ist aber ich glaube das ist so ein segment das kann harley davidson auch gebrauchen und bringt die glaube ich auch ein bisschen nach vorne weil es das in der version oder in der art halt noch nicht so gegeben hat deswegen finde ich die neue modellpalette eigentlich ganz gut ist jetzt nicht eine modellpalette von 24 club 21 oder 22 sind die rausgekommen und hat sicherlich seine käuferschaft ich habe es auch schon öfter gehört dass sich jemand so eine maschine geholt hat die dann auch mal eine größere tour machen möchten wir haben hier 128 newtonmeter drehmoment und die motorleistung ist bei 152 ps das natürlich enorm hat durchschnittsverbrauch von 5,5 litern das bei den 21 22 litern tangen halt da kommt auch mal deine 400 kilometer weit mit an fahrassistenzsystem hast du hier auch sämtlichen schnickschnack den man auch dann natürlich auch mal offroad sehr gut gebrauchen kann und lassen wir uns die kiste noch mal auf uns wirken ja optisch gesehen sage ich mal ist muss jeder für sich selber entscheiden da finde ich sicherlich aus dieser reihe die cvo wirklich schicker aber jetzt gibt es die pan america special die hat dann sicherlich noch ein paar kleinigkeiten extra die anders sind ein paar mehr farben wie hier seht dafür dass du die kiste dann in ganz schwarz haben muss oder möchte ist musst du extra die special variante kaufen und trotzdem musst du da noch für die farbe knapp 400 euro zusätzlich bezahlen aber du kannst hier auch verschiedene felgen auswählen einmal speichen oder halt die gegossen sind das glaube ich da finde ich die speichenräder natürlich schick koste aber auch wieder 790 euro extra so dass du irgendwann dann bei 21.000 22.000 landen wie ist extras denn denn adaptives fahrwerk hatte ding auch ja aber was hier extra ist unbedingt mehr leistung hast du nicht ja aber die farben speichenräder ganz da haben oder halt alugos musste wie gesagt aber halt alles extra bezahlen und ja ist sicherlich berechtigt dass man das ding hat und dann das cvo modell habe ich gespannt ob es da mehr leistung gibt weil die koffer sind da natürlich bei die spezielle lackierung die kein aufpreis kostet ja schick muss ich echt sagen also farbe sehr ansprechend schön aufgeteilt mit dem schwarz auch liegt bei 27.800 euro und lasst das gerne mal auf euch wirken ich finde die extrem schick auch die offroad koffer und so weiter sind schon echt echt schick sind in zusammenarbeit mit sw motor entwickelt leicht metal top case da noch zu so habt ihr extrem stauraum markierung natürlich echt schick dann gibt es irgendwas extra Satteltasche natürlich so Performance ist genau derselbe Motor wie in der normalen Panne finde ich schade muss ich echt sagen, finde ich schade, dass da nicht die Möglichkeit ist, das nochmal ein bisschen aufzumöppen weil diese CVO-Modelle in der Regel ja immer ein bisschen mehr Leistung haben aber auch hier Infotainment-System ist eine abgespeckte Version zu den großen Maschinen, aber auch ein bisschen größer als die normale Panne kann das sein? ist die ein bisschen anders oder versehe ich mich da jetzt? gucken wir mal Infotainment haben wir hier noch ein Bildchen? natürlich nicht aber oben können wir drehen ne, haben wir hier auch genauso drinne von daher war das jetzt kein extra von der CVO gut, ist Geschmackssache, muss jeder für sich entscheiden ja, ist nichts für mich aber ich finde dass Harley Davidson da schon einen großen Schritt gemacht hat diese Modellpalette da auch hinzuzufügen dann haben wir bis jetzt alle bis auf Trike und Cruiser gehabt Trike gehen wir nicht durch wie gesagt, hatte ich ja verlinkt am Anfang aber die große Palette an Cruiser Maschinen, die gehen wir noch durch das ist natürlich da auch irgendwo der Einstieg in in dieses Bobbern mäßige noch natürlich Euro 5 ist das alles nicht mehr so möglich wie unter Euro 4 noch oder Euro 3 und so weiter aber vom Klang her ist einiges möglich das ist ein größerer Motor drinne und 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 andere Farben halt verfügbar und nicht so viel Chrom wie ich es ja sowieso nicht so gern mag dann haben wir hier die Lowrider S die natürlich ein bisschen mehr in diesen ja, wie nennt man diesen Club Style glaube ich ne, mit dieser Maske und so weiter da geht die Lowrider S ganz klar hin ist mehr so ein Sunsoft Anarchy ähm, Ding äh, sieht auch nicht schlecht aus finde ich die Lowrider S dann hast du die Lowrider ST die schon wieder ja nicht mit der Verkleidung und so mein Thema ist ähm wir gehen da gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein Spotlight dann die Fat Bob sehr beliebt auch unter Customisern Breakout 117 bin ich selber schon gefahren verlinke ich euch mal hier in dem Video da brauchen wir auch nicht so viel näher drauf eingehen ist halt ein brachiales Gerät und finde ich auch schon optisch sehr sehr ansprechend dann haben wir die Fatboy Fatboy 114 die Heritage Classic und wie ich das immer sage dieses Indianer Ding ähm die Hydra Glide Revival hey geil bin ich müde wie kommt's echt stickig Fenster hab ich schon aufgemacht gehen wir in die Softair Standard erstmal rein finde ich erstmal schönes Anfänger bei kannst du auch vieles dran machen Hauptfarbe Billard Grey wie muss es wie ist es auch schon ähm sieht auch nicht so schlecht aus aber Vivid Black kostet nochmal 600 Flocken extra wie gesagt Preispolitik kann ich nicht verstehen aber ich denke mal das ist einfach dafür dass man noch ein bisschen mehr Geld macht sieht natürlich toll aus ohne Frage und du kriegst halt auf dem auf dem Zubehörmarkt einfach immens viel um das Ding zu customisen das Ding ist A2 kompatibel du sitzt niedrig da drauf du hast mittig montierte Fußrasten würde ich jedem empfehlen der größer als 1,80 ist haut euch die nach vorne hin ähm finde ich für die Optik auch einfach geil und fürs Feeling gehören nach vorn verlegte Fußrasten einfach zu einer Harley Davidson dazu Abmessungen haben wir hier knapp 300 Kilo also 297 Kilo genau fahrfertig ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als die Nightsound Sportster aber auch wiederum viel leichter als eine Ultra Limited ja dann haben wir Tankinhalt von 13,2 Litern das ist ein großes Manko meiner Seite gegenüber der Softail oder der Streetbob muss ich ganz ehrlich sagen ist einfach ein Negativpunkt da hätten vielleicht 16, 17 Liter ähm schon einiges an Pluspunkte rausgeholt bei der Softail haben wir den 107er Motor Milwaukee 8 ne eine 2-in-2 Shotgun-Auspaufanlage boop 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 kommen wir einmal zur Performance wir haben bei dem 107er haben wir ganze 144 Newtonmeter Drehmoment 87 PS Motorleistung das ist natürlich schon ein bisschen viel und Fahrerassistenzsysteme ist hier natürlich weil das Bike einfach spartanisch ist ist später auch bei der Streetbob so du hast hier halt nur ABS inbegriffen also Traktionskontrolle oder so da musst du schon ein bisschen Motorrad fahren können gerade bei Regen und so weiter kommt es da sicherlich auch immer mehr auf die Skills drauf an und ansonsten finde ich das Bike eigentlich sehr stimmig wie gesagt ich bin nun nicht der der Chrom Fanatiker aber denkt euch da mal die Blinker weg feine LED Blinker Spiegel nach unten Lenker ein bisschen weiter nach vorne LED Blinker hinten seitlicher Kennzeichenhalter Jackal & Hyde Auspuffanlage Cast Take Screaming Eagle oder was auch immer dann hast du da schon für 2.000-3.000 Euro mehr ein richtig schicke Ding richtig schick kommen wir dann einmal zur Softail ein bisschen aufgebohrt also als Street Bob die gibt es dann in ein paar mehr Farbvarianten die hat den 114 Kubik Inch Motor gibt es in Billard Grey wenn ich wundere ist ja die Standardfarbe ohne Aufpreis dann Vivid Bayer Orange und Blue Burst mit jeweils 600 Euro Aufpreis schauen wir uns die mal weiter in den Schwarz an die Maschine fängt an bei 17.495 mit Schwarz drauf nochmal 600 mehr guckt euch die Maschine an ich finde die sieht echt geil aus hat natürlich das Black Finish was mir natürlich viel besser gefällt aber auch hier wieder wie bei der Softail haut den Lenker ein bisschen nach vorne können mit der Zeit auch noch einen anderen Lenker montieren oder montieren lassen andere Blinker Spiegel nach unten seitlicher Kennzeichenhalter Fußrasten nach vorne kleine andere Auspuffanlage das sind 3.000-4.000 Euro mehr dann hast du schon ein bisschen was erreicht als Werbung möchte ich natürlich jetzt nicht sagen doch ist keine Werbung aber ich sage es euch einfach ich habe mir die Maschine jetzt bestellt die Street Bob nicht die 24er sondern die 23er zeige ich euch nachher noch und ich erzähle euch dann auch noch ein bisschen was zu das aber am Ende des Videos die Maschine hat wie gesagt den 114er Monitor hat den vertrauten HD Sound da natürlich eine andere Auspuffanlage drauf und macht schon ein bisschen was her Softail Rahmen die neuen Räder die hatten sie bei der alten Version vor 2-3 Jahren ich glaube 21 oder 2020 noch hatten sie noch Speichenräder sah auch mega geil aus Soziositz hast du natürlich drauf wenn du das rechne Soziositz 8,900 bis 1000 Euro extra dann hast du den größeren Motor im Gegensatz zur Softail wenn du dann auf diesen Chrom Mist nicht stehst so wie ich dann Mist will ich es nicht nennen sorry wenn du auf dieses Chrom Finish nicht stehst und willst lieber dieses Black Finish ja du musst natürlich nach vorn verlegte Fußrasten musst du noch trotzdem noch machen und so weiter wäre geil wenn sie es bei der Street Bob auch schon gehabt hätten Gewicht natürlich fast 300 Kilo wie bei der Softail 297 Kilogramm Motor hast du hier den 114 Kubik Inch das sind 1868 Kubik Zentimeter Performance bis bei 155 Newton finde ich extrem brachial 95 PS du brauchst halt mit der Maschine nicht so schnell fahren finde ich also deswegen reichen die 95 PS auch dicker aus weil du hast hier Drehmoment ohne Ende und Fahrassistenz Systeme werden sie auch gleich hinschreiben können ist nur eine Zeile wie gerade eben schon gesagt ABS Anti Blockiersystem beim Bremsen da gehen wir später noch mal ein bisschen mehr drauf ein auf die Street Bob gerade die aus dem letzten Modell die ich mir bestellt habe weil ich die vom optischen her schicker fand und die auch sofort verfügbar war ist natürlich kannst farblich kannst du alles machen heute mit Sprühfolie oder lässt es folieren oder 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 du hast bei der Street Bob halt nicht so viele Unterschiede wenn du andere Farben nimmst ja gehen wir gleich noch mal drauf ein Lowrider S finde ich sehr ansprechendes Motorrad gerade schwarz jetzt fangen schon die ersten Sprachstörungen an gerade in schwarz mit dem Black Finish mega geil ne schockt auch schon ist natürlich dieser Sansa auf Anarchie auf Anarchie Stil wenn man das in schwarz jetzt anguckt auch hier Billard Grey wieder die Standard Farbe brauche ich gar nicht mehr erwähnen glaube ich der wisst selber ja hier hast du den 117er Motor noch mal eine Nummer größer als der von der Street Bob der natürlich performance technisch auch noch mal was anderes höherer Lenker ja hier die aufrechte Sitzposition wieder keine nach vorn verlagerten Fußrasten ist natürlich alles Kohle gerade Zubehörmarkt brauche ich euch nicht erzählen ist bei Harley natürlich immens groß und da spekulieren die drauf ich hatte letztens mal gelesen der deprimierendste Job bei Harley Davidson ist der von den Menschen die den auspuffen und die einfach blödsinn ist können können auch eigentlich können sie gleich weglassen ja cockpit verkleidung habt ihr ja schon gesehen abmessung hier bist du beim gewicht von 308 kilo ein bisschen mehr dran als bei einer Street Bob größerer motor natürlich was natürlich da auch ins gewicht fällt du hast einen drehmoment hier von unglaublich 168 newtonmeter leistung ist 106 ps schon ein bisschen mehr durchschnittsverbrauch 5,6 liter ist absolut okay wollen wir hier nochmal gucken wie groß der tank ist gehen wir nochmal weiter nach oben zu der abmessung und hier hast du halt schon 18,9 liter und dieser tank hätte der softail wie auch der Street Bob unheimlich gut gestanden und dann hättest du da schon das komplettere bike aber wo willst du dann die unterschiede noch machen zwischen den einzelnen klassen einfach nur in der optik weiß ich nicht das ist schon gut dass es so machen ich finde ja dann als nächstes die lowrider st die ist ja wie es nur halt mit anderen verkleidung und ein paar hier packtaschen hinten dann haben wir die sport light ist ähnlich wie die lowrider s glaube ich aber auch schon wieder irgendwie ein ganz eigenes modell kostet und dann fängt an bei 19.995 hat den kleinen motor mit 107 kubik inch ist nicht klein also aber im verhältnis zu den anderen ein bisschen kleiner auch hier wieder ja ich brauche es nicht erwähnen ich sage es auch gar nicht mehr und ja hier ist halt diese mini gabel verkleidung soll man sie so nennen ja ich glaube schon ist jetzt nicht negativ gemeint und die satteltaschen hinten oder sattelkoffer ja sieht nicht schlecht aus finde ich also für den preis wenn man das alles im ganzen harley universum so vergleicht mit lowrider st street pop lowrider s street light und so weiter ist ja schon so eine mini street light wenn man es so nehmen möchte oder etwas kleineres street light preis leistung glaube ich da schon eher zu rechtfertigen von daher ja vom gewicht hätte dann natürlich auch deutlich schwerer wieder wie eine normale street überhaupt hier sind wir bei 317 kilogramm und tankvolumen 18,9 liter das ist natürlich wieder schön mehr als software motor haben wir hier 1745 kubikzentimetern bei einer performance von einem drehmoment 139 sorry 139 newtonmeter und eine motorleistung von 83 ps fahrassistenzsysteme auch hier wieder nur abs aber wie gesagt wenn man ein bisschen motorrad fahren kann dann sollte das auch lang lenker ist ein bisschen breiter wie ihr seht hier nicht mehr dieses infotainment system finde ich optisch muss ich wirklich sagen finde ich optisch sehr gelungen sehr sehr gelungen gerade mit den koffern dabei und so weiter finde ich sehr gelungen und im billiard grill ja sieht nicht schlecht aus muss ich sagen also sieht nicht schlecht aus und preislich natürlich attraktiv ne ja gehen wir zur fat bob mit 114 kubik inch natürlich wieder in billiard ray in schwarz sieht die meiner meinung nach noch ein bisschen besser aus aber kostet dann auch wieder mehr preislich sind wir da bei 22.000 basispreis wir haben hier 114 monitor hier ist eine geschwindigkeitsregelanlage tempomat und so weiter hier ist auch schon vorfallig der fußrasten soziussitz und so weiter drauf also schon vieles was du nicht mehr machen musst ist halt auch ein geiler lenker drauf finde ich ich mag den lenker sehr gerne und hat halt auch eine geile sitzposition geile dicke reifen short kannst du halt auch customizing ohne ende betreiben zu dem motor wollte ich viel sagen habt ihr jetzt schon oft genug gehört optisch sehr ansprechend finde ich die maschine dann natürlich die breakout ich zeige es euch einmal nur optisch verlinken tue ich sie euch ja entweder vorher oder jetzt nochmal oben müsst ihr gucken ihr findet sie sicherlich auch auf meinem kanal ich bin das ding nämlich schon probegefahren und bin sehr begeistert von den dingen das ding ist einfach geil aber preislich gesehen 29.000 einstiegspreis ist schon eine ausmarke ne und dann musst du halt mal rechnen dass du da ja dann noch eine andere auspuffanlage und so weiter haben willst led blinker etc kennzeichnen halter ja dicker dann bist du schnell über 30 ne bist du ganz schnell und preisleistung finde ich ist totschick ich finde die maschine wirklich schick auch mit den felgen und so weiter sieht das einfach mega mega geil aus ne ich finde auch hier diese vivid black lackierung auch mit dem orange dazu und das finde ich sogar mit dem chrome paket und so finde ich das sieht schon sieht schon geil aus aber wie gesagt leute preislich 29 plus 3 4000 auch für den auspuff und led blinker und 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 bis schnell bei 34 35.000 ne wäre es mir dann bei dem bike nicht wert muss ich ganz ehrlich sagen ist super schick aber dann die fat boy wer kennt sie nicht arnold schwarzenegger terminator ist schon geil ne mit dem grau finde ich die jetzt nicht so schick das ist mir einfach zu viel grau vivid black ja passt dann red rock ist mir zu viel rot hätte ich den fan da vorne vielleicht noch schwarz gemacht dann wäre es nicht so schlimm gewesen und halt sharkskin blue der slide mag bei dem bike ich nicht ja 26 riesen 114 am motor ja geschmackssache würde ich sagen preis leistung wird es da auch schon wieder grenzwertig obwohl du hier einen schönen größeren tank hast und so weiter dann haben wir die heritage classic für 27 oder knapp 27 hast du bei dem black finish auch schon wieder einen aufpreis von 1500 ich meine das muss alles gerechtfertigt sagen dann bist du halt bei 28 5 schnell bei 29 und dann noch schwarz nimmst musst du das auch nochmal oben drauf zahlen dann bist du bei 29 über 29 jo das ist schon ein dickes brett was man bohren muss ne ja hier hast natürlich halt die satteltaschen und so weiter dabei ein willensschild was du abnehmen kannst dann trittbretter hast du dabei sozius auch wieder abmessung hast du sicherlich auch einen großen tankenhalt von 18,9 litern kleiner als die streetlight von vorhin wissen wir jetzt gewicht von 330 kilo fahrfertig motorleistung und so weiter brauche ich euch weiter erzählen ja und dann haben wir natürlich was ich vorhin schon sagte das indianerbike soll nicht abwertend klingen irgendwie sieht das für mich so ein bisschen nach western aus ein bisschen mehr so als kleinen umstieg von dem gaul der indianer auf die aufs motorrad ein bisschen ja für 34.000 natürlich ein schnapper hammerhart die preisentwicklung oh god oh god oh god aber da werde ich gleich noch ein paar takte zu sagen wir haben hier trittbretter satteltaschen windschild wieder abnehmbar und wer die optik halt mag was hier den 114 motor hast sicherlich auch einen großen tank von 80,9 liter fahrfertig wiegt das ding 332 liter performance hast du 156 newtonmeter und 95 ps ja durchschnittsverbrauch 5,5 liter kann man glaube ich nicht meckern und das war es jetzt mit den bikes die wir durchgehen wollten ich zeige euch die nochmal kurz ein bisschen von der seite von vorne ja geht so dann haben wir natürlich noch die elektro fahrzeuge die haben extra homepage gehen wir einfach nur mal kurz drauf ja muss man vielleicht haben im angebot weiß ich nicht ist aktuell nicht meins ich sehe elektromotorräder noch nicht so gerade bei harley sehe ich es definitiv noch nicht so da fällt es ja schon dem einen oder anderen schwer diese revolution max-motoren zu akzeptieren oder die spots da ist die nightstar ne und dann elektro sehe ich vielleicht in zehn jahren aber aktuell no way ja trikes können wir noch mal kurz drauf gehen da bin ich an den free free wheeler bin ich da gefahren ist schon geil die triglide ultra ist auch geil sicherlich für menschen mit behinderung etwas die müssen gehandicapt sind die dinger kannst du auch ohne motorrad führerschein fahren und so sicherlich für eine kundschaft ist vielleicht eher eine nische aber für eine kundschaft die nicht vergessen werden darf viel mehr in meinem video findet ihr auch wieder auf meinem kanal ich bin das ding gefahren schockt auch zu fahren ist mega lässig ist ein ganz anderes fahren weil da musst du halt auch ein bisschen dich drauf einstellen musst dich drauf einlassen aber gerade für gehandicapte personen finde ich mega geil wie gesagt guckt auf meinem kanal da findet ihr das und jetzt zu der maschine die ich mir jetzt bestellt habe ich habe mir die bei halle davidson kiel bestellt findet ihr auch bei youtube machen auch mega geile arbeit bei youtube finde ich und zwar war da die farbe schwarz noch die basis farbe und ohne aufpreis und was mir bei dieser maschine gefällt muss ich erstmal sagen ist die lackierung ich finde das mit dieser orangen eins da auf dem tank finde ich das auch sehr sehr schick dazu bestellt habe ich mir natürlich gleich den seitlichen kennzeichnen halter den machen die jetzt schon fertig dann nach vorne verlegte fußrasten und was mega mega bei harley davids in kiel deswegen erwähne ich das auch du kriegst zu jeder neu bestellten kriegst du eine screaming eagle auspuffanlage kostenfrei dazu die bewerben das bei youtube bei insta ich weiß gar nicht ob die facebook und und tiktok haben aber auf jeden fall bei insta und bei youtube könnt ihr natürlich mal bei denen auf der seite gucken screaming eagle anlage wusste ich so bestellen können und umbauen können und dann hast du sie innerhalb von zwei drei wochen fertig lenker werde ich sicherlich ein bisschen weiter nach vorne postieren wir werden dann in zukunft natürlich die blinker selber ändern mit dem heck müssen wir gucken weil ich den fendern nicht schlecht finde gerade weil ich das bike auch mehr nutzen möchte zur arbeit hin und bei nassen straßen hast du das bei meiner sports s im moment so obwohl ich noch diesen kleinen spritschutz hinten habe aufgrund des soziussitzes wo du dann den ganzen rücken nass hast und das nervt halt ungemein wenn du das als daily driver nutzt und in diese richtung möchte ich ein bisschen mehr gehen ich denke mein sitz muss ein bisschen aufgepolstert werden damit ein bisschen gemütlicher ist lenker kommt ein bisschen nach vorne spiel werde ich irgendwie entweder werde ich die nutzen und gucken dass ich die andersrum montieren kann dann oder halt neue spiele benutzen griffe finde ich da hat harley davidson extrem gespart das sind mega hässliche griffe und ansonsten minimalistisch 114 cubiten inch motor nicht allzu dicker reifen hinten da werde ich sicherlich auch noch mal was tun und ansonsten gabel cover hier oben dann cover für die schrauben damit das noch ein bisschen mehr schwarz ist hier vorne vielleicht noch mal in runden scheinwerfer verzierung nehmen die dann auch in black gehalten ist in schwarz die griffe natürlich auch noch mal jemand schwarz machen und die blinker müssen natürlich weg das ist das sieht ja aus aber für den anfang lasse ich die dran weil ich ja auch vieles mit euch zusammen noch selber machen möchte wo ich ihr möchte ein bisschen begleiten können wie gesagt ich kriege jetzt den seitlichen kennzeichen halter nach vorne verlegte fußrasten weil ich die auf jeden fall bei dem bike haben will und sie screaming die screaming eagle anlage die kommt oben drauf umsonst von harley davidson kiel und dann haben wir einen top basispreis ich finde die lackierung schön kann aber natürlich auch sein dass ich mir den tank noch mal komplett schwarz mache vielleicht auch noch mal einen anderen lenker hole das will ich aktuell nicht ausschließen aber erst mal die wichtigen sachen so griffe blinker spiegel gucken die gabel cover die will ich mir selber drucken und da werde ich euch natürlich dann auch wieder mitnehmen wie das ganze dann ist ob das ganze geil aussieht ich werde mir den schwarz drucken abs sicherlich damit das ganze auch splitter fest und so weiter und sicher ist und die werde ich glaube ich mal mit sprüh folie über sprühen und dann mal gucken wie sich das bei 3d druck verhält und damit zum schwarz glänzend und das passt dann sicherlich auch geil zum bike und wäre natürlich eine mega geile günstige kostenlösung für solche sachen ja hier das bike noch mal auch in rot finde ich das sehr sehr schick sozius kann gleich mitfahren fußrasten hast dabei und so weiter ja die street pop hast du dann viel custom möglichkeiten ist einfach so der motor ist halt größer der tank ist klein habe ich vorhin schon bemängelt mit dem sondern 13,2 liter wiegt fast 300 kilo hat aber den großen motor von 114 mit 155 meter drehmoment 5,5 liter durchschnittsverbrauch geht geht ne elektrische anlage minimalistisch ja sehr minimalistisch aber sollte dementsprechend reichen ja wie gesagt christel halt halt vieles vieles für das soll es auch gewesen sein erst mal zu den bikes ich möchte preispolitisch finde ich hat harley davidson enormes sprung nach oben gemacht wo du dann vor vier fünf sechs jahren noch ein einstiegs bike mit der soft tail hat es für 12 13 14.000 da bist du jetzt bei über 17 ist natürlich happig aber es ist insgesamt alles teurer geworden egal ob ihr bei yamaha guckt bei bmw bei 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 kawasaki z900 und so weiter da bist du auch schon bei weit oder bei über 10.000 euro und ja wenn man das ganze dann vergleicht mit der mit dem kult den man ja auch immer dazu kauft muss man ja ganz ehrlich sagen dieses bobber feeling und so weiter dieses customize feeling ist halt immer noch eine andere andere hausnummer als sage ich mal so naked bike von suzuki oder halt yamaha kawasaki aprilia et cetera ich hatte ja selber die rs als super sportler oder als sportler super sportler übertrieben und sind halt andere andere bikes da kaufst du halt das feeling auch noch mit muss ich ganz ehrlich sagen und du hast natürlich die unglaublich großen motoren da drin die ja du in keinem naked bike oder so findest in keiner super sportler mit den fast 1,9 litern hubraum muss man ganz ehrlich sagen das sind sind schon andere dimensionen vom drehmoment her ne auch wenn diese bikes die höchstgeschwindigkeit von anderen bikes sicherlich nicht haben aber du hast halt zu einer was weiß ich 800 oder 900 kubik maschine oder vielleicht auch 1000 kubik maschine von der r1 hast du hier halt fast 1,9 liter ne also fast das doppelte andrehmoment und da hast du gerade im unteren drehzahlbereich wofür diese bikes auch eher gedacht sind um zu cruisen um schnell aus den gängen zu kommen aus dem vertical zu kommen von der ampel weg zu kommen das ist schon enorm aber man muss natürlich auch aufpassen mit dem wetter da kann es auch mal sein dass dieses bike hinten weg geht da muss man natürlich schon wirklich darauf aufpassen und bestimmt auch ein bisschen an seiner fahreigenschaft arbeiten und so weiter aber ich glaube wenn man das drauf hat hast du hier unglaublich tolle bikes muss man echt sagen ich also mich hat das harley fieber ja damals auch gleich erwischt und ja jetzt freue ich mich auf das bei ich hoffe dass in zwei drei wochen ist das wirklich komplett fertig hoffe innerhalb von zwei wochen weil da gibt es noch ein ganz anderes bauteil was wir uns bestellt haben als familie unabhängig von motorrädern überhaupt nichts mit motorrädern zu tun aber hier haben wir halt das wo ich dann sage jetzt bin ich so langsam in einem bereich wo ich ja wieder diesen diesen kult spülen will auch mit diesen motoren geräuschen und so weiter und ja nummer schild ist schon da und papiere kriege auch die tage und dann können wir das ding mal anmelden gucken was das ding in versicherungen kostet und ansonsten werden wir dann direkt zum saison start gut saison start ist jetzt laut wetter schon ein bisschen gewesen wir haben jetzt den haben wir heute 14 april sonntag das ding das video wird auch jetzt heute abend hochgehen und dann könnt ihr euch selber davon bild machen schreibt es mal in die video kommentare schreibt es in die kommentare wie ihr die preisentwicklung findet welche modelle ihr geil findet habt ihr die ähnliche meinung ihr seid auch eher black finish seid ihr eher chrome schreibt das gerne mal rein würde mich interessieren was für ein team ihr eher seid und ansonsten wünsche ich euch einen schönen start in die woche und lassen leichter abonniert meinen kanal drückt die glocke und ansonsten bis zum nächsten mal